So, Frau Liebesbeinung, schöner Tag noch. Grüß Gott. Tag. Ja, ich könnte gerne eine Fleischkäse-Sämme. So, eine Leberkasse-Sämme, bitteschön. Oh, ist aber dick geschnitten. Was wollen Sie denn damit sagen? Ja, das ist toll. Könnte ein bisschen dünner sein. Wollen Sie vielleicht damit sagen, dass ich das Stück Leberkasse falsch abgeschnitten habe? Nein. Wollen Sie vielleicht ernsthaft meine Kompetenz anzweifeln? Um Gott das Willen. Was steht da drauf? Na, Meisterbrief. Also, und sowas kriegt man nicht geschenkt. Da muss man hart arbeiten dafür. Hey Mann, ich wollte ja nur... Pass mal auf. Du kommst da unangemeldet in mein Metzgerei hereimarschiert und verbreitest eine Stimmung, da so ein Arschwasser zum Kochen anfangen, du Depp. Oh, Scheiße. Jetzt fehlt nur noch der ganz Okay-Man. Da bin ich Sloan. Hallo, ich bin ganz Okay-Man. Ich sehe ganz Okay aus, kann ganz Okay laufen und kann mich ganz Okay verständigen. Was ist das Problem? Doch, ganz Okay-Man. Schaut doch mal die Leberkasse in mir auf. Also, ich finde, die ist ganz Okay. Wieso, was ist damit? Äh, die... Ja, die wollte mir eins schenken. Genau, eine Leberkasse in mir für den ganz Okay-Man. Ja, das finde ich super von euch. Und tschüss. Na also, war doch ganz Okay, oder? Ich glaube, das nächste Mal hol mir den Scheiß egal, man.